D Verteidig die strategischen Orte, Runde beginnt Soll ich dir doch meinen Namen schicken oder? Ne, der weiß auch wer du bist, oder? Auf 1 überlang Alter nicht schon wieder Es geht genauso weiter Alle auf 1 Also Matic blendet jetzt direkt im Eck Rifle hat runter Matic direkt im Eck Wir haben die Runde verloren Der Feind hat unser Team eliminiert Sorry Verteidig die strategischen Orte Runde beginnt Oh man ich hab jetzt schon keinen Bock mehr Ich geh nach der Runde vielleicht ab Was machst du? Entweder hör ich jetzt auf Ja wenn nicht lass dann nach Coop gehen Ja Eins Da ist ein Spiel Ich flash mal rein Ja schön LoL Ich hab Ah vier Eck Matic hab ich Oh unser Spawn Okay Bombe liegt viereck Äh die sind oben 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 Feindliches Team eliminiert Runde erfolgreich Verteidig die strategischen Orte Runde beginnt Ich kann dich auch gleich hochpushen wenn du möchtest Äh Ich höre nichts besser Ah oben Oben bei vier Eck Jetzt werfen sie die Granaten einfach Wenn du mir sagst, dass bei dir keiner runterkommt dann, ich glaube bei mir sind die runter. Ich weiß es nicht. Ah ja, da oben. Und das ist nur die Hälfte. Der Rest? Also einer ist auf jeden Fall noch mindestens oben. Ah, ich sehe ihn. Hast du ne Craver oder so? Den will ich eigentlich nicht schmeißen. Wenn das aber hoch geht. Okay, da ist ein Medic. Ja. Feindliches Team eliminiert. Runde erfolgreich. Auf die habe ich gewartet. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Ich denke jetzt aber mal, dass wir langsam mal auf 2 gehen werden. Ich weiß es nicht. Jetzt nicht jemanden kill mit der Granate, wenn sie sich vorfragen. Okay. Ich weiß es nicht. Oder war das da ein Nicknade? Hier halt nicht gleich. Halb. 1. Wie vertdefined sind, sollte den Boden knacken. Hinten lang. Normal hätten die viel mehr Chancen beim Planten, die sollten eigentlich nur Ninja, oder ganz schnell planten, dann hätten wir weniger Chancen. Ah, zwei, 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 zwei! Ah, von hinten, von hinten, über uns entspannen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Runde verloren. Der Feind hat unser Team eliminiert. Platziert die Bombe. Wo? Ja. Runde beginnt, Bombe aufgehoben. Halt'n hier, los geht's! Warten. Mal rechts hinten. Mitte, 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 Mitte. Sind die hoch? Alter! Achtung, Nate! Ähm, der ist noch in der Mitte. Ja. Ist schon. Eww, geil. Feindliches Team eliminiert. Mission erfolgreich. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände. Runde beginnt. Die Bombe aufgehoben. War das deine, Nate? Nein! Ja. Ich blende einfach mal. Ja, gleich jemand. Ich kann nicht mehr gucken, scheiße. Bombe platziert. Mal hoch. Und dann zum Spawn müsste, glaub ich, einer kommen, ja. Alter! Komm, ey! Das kann nicht sein! Der ist, äh... Ja, einer kommt lang. Kommt lang. Jetzt, hinter dir. Okay, der andere kommt, äh, von rechts, von der anderen Seite. Wie, von da? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Halt! Da von Viereck, von Viereck! Fuck, Alter! Das hat kacke bei der Snapper. Das ist, wenn man mal daneben ist. Runde verloren. Der Feind hat die Bombe entfärft. Bring die Bombe an. Sag mal, ich ding, ich dachte, ich will. Hildweck. Runde, die geht aufgehoben. Ich dachte, das Ding... Oh! Loll! Achso. Ich dachte grad, schau, ich schnapp mir die Bombe, du sagst. Jetzt hab ich ihn, Alter! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ach, komm! Alter, da waren beide! Beide da! Toll, ich dachte, ich bin schon rum. Beide da. Andere auch noch. Ja! Muss! Tut mir leid. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände. Runde beginnt. Bombe aufgehoben. Nochmal hoch, oder? Da. Da! Jetzt brauch ich auch mal ein paar Chits. Fünf Sachen aus... Oh! Bombe fallen gelassen! Kein Hit! Kein Hit! Kein Hit! Kein Hit! Kein Hit! Bestimmt hätte er eine Nade, oder? Ja, wir sind da, ich schon ja. Links oder rechts? Bombe aufgehoben! Ah! Sag doch links oder rechts! Runde verloren! Du warst geflasht! Ich hab's nicht! Ich bin ja auch geflasht! Bring die Bombe an! Ich war nicht geflasht! Doch, ich war geflasht! Ich war geflasht! Runde beginnt! Nein, ich dachte, du sagst noch an welche Richtung! Bombe platziert! Oh! Um.. Granate für mir... Anh ja? Min Flasht hier, ich seh' meidänura sendet! Nix! Da ist nur eine Mine auf der Bumpe aber Geil Runde erfolgreich! Ja! Alter Alter Die Reparaturkosten sind sehr hoch